Unsere erschrockene Gesellschaft lernt derzeit sehr leidvoll, es gibt tatsächlich Menschen, die mit boshaftem Vorsatz und kühler Berechnung möglichst viele Menschen töten wollen. Unschuldige Menschen. Und viele von uns kommen damit nicht zurecht. Sie rufen deswegen nach einem starken Mann und in der Tat brauchen wir jetzt starke Persönlichkeiten. Wir brauchen keine dummen Schreier, wir brauchen keine schwarzhaften Populisten, die die Wahrheit mit der Stimmung vertauschen. Wir brauchen starke Persönlichkeiten. Typen, wie es der heilige Stephanus war, der erste Märtyrer der Kirche. Der war Diakon und schaute nicht weg. Der sah, wo die Not am größten war und half, ohne nach der Herkunft zu fragen. Und hatte seine Entscheidung getroffen. Ich lasse keinen Hass in mein Herz. Selbst als er ungerecht verurteilt wurde, selbst als die Steine flogen, hat er diese Entscheidung durchgehalten. Ich lasse keinen Hass in mein Herz. Die Liebe, die Jesus mir am Kreuz gezeigt hat, ist stärker. Hast du mal darüber nachgedacht, wie du reagierst, wenn ein Familienmitglied oder ein guter Freund von dir durch einen Terroranschlag umkommt? Oder wenn du selber bei einem solchen Anschlag schwer verletzt sein würdest? Das kann ja passieren. Ich habe darüber viel nachgedacht und ehrlich gesagt, wie ich dann reagiere, weiß ich nicht genau. Aber ich weiß, was ich mir wünsche. Ich will dann keinen Hass im Herzen haben. Natürlich werde ich riesige Angst haben. Natürlich werde ich furchtbar verletzt sein, Schmerzen haben, enttäuscht sein. Aber ich will keinen Hass im Herzen haben. Auch keine Urteile. Ich will nicht mitmachen bei den Fake News, bei den Verdächtigungen, bei dem üblen gerede. Und darum bete ich im Nachtgebet darum, dass ich im Ernstfall durchhalte, was ich mir heute vornehme und wünsche. Ich will keinen Hass im Herzen haben. Darum bitte ich, 22 Uhr auf DOMRADIO.DE im Nachtgebet. Dein Weihbischof Ansgar. Rudy Feeling und EZF-PS-Ger